Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder vom, äh, Murder Mystery Server, zusammen mit Chaosloh44. Moin Leute, moin, moin, meine aktiven Freunde. Äh, Riesenschnitzel ist er ja inzwischen. Ich wäre fast runtergefallen, Leute. Wir sind beide unschuldig, wir spielen Murder Mystery. Das wäre anders ein Short gewesen, sei ich dir ehrlich. Ich bin auf der Leiter gespawnt irgendwie, das war ganz komisch. Hä? Ich bin auch so einer Leiter gespawnt, ich wäre fast rübergefahren. Ja, super, bringt mir gar nichts, wenn ich da runterfalle. Leute, wir sind unschuldig, wir sind auf der Jagd nach Gold, um die, oh mein Gott, ich kann schon die ersten Kates, ich kann das nicht machen. Eine rota, eine rota Amogus ist hier tot. Echt? Ja. Amogus. Leute, Among Us, wichtiges Thema. Wir droppen ja inzwischen auch schon Among Us Videos. Bei Flo und bei mir und bei Ben, das wird ganz wild. Check die Videos ab, die sind ganz lustig. Nein, da ist Gold runtergefallen. Oh Mann. Können wir aufpassen. Du lügst. Da war gar keiner. Ja, dich um. Oh mein Gott. Da kommt ein Riesenkürbis. Ich glaube, es ist XX das Schwein XX. XX das Schwein XX. Okay, Junge, cooler Name auf jeden Fall. Boah, ich habe eine Dreierstreak an Gold, oh mein Gott. Ich habe da hinten, das ist gar nicht wo. Was ist da hinten? Nein, ich gehe da nicht hin, jetzt habe ich Angst. Was kann man hier? Oh, die schlagen alle so um sich rum. Was ist das für ein Trank? Ich trinke den jetzt. Ich habe Speed. Du hast unsichtbar gehabt. Oha. Das ist übergut. Einfach Among Us Mut. Unsichtbarkeit. Du gewinnst. Wir haben anders gewonnen. Leute, wir haben nur gewonnen, weil ich unsichtbar gegangen bin. Wegen mir. Ich habe nicht mal einen Bogen erwirtschaften können. Das war ja eine übertriebene Nullrunde. Boah, die Map habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Die bringe mich back. Junge. Boah, stimmt. Das ist eine richtige OG-Map, ne? Jetzt erinnere ich mich auf. Ja, ja, ja. Das ist eine übertriebene OG-Map. Gambo, du hast 17.000 Mörderchance. Ich weiß es. Hä? Woher weißt du das? Weil ich habe 83. Achso, okay. Boah, ich dachte gerade. Dann hast du 56 Detektiv-Chance. Ja, ja, ja. Die Mathe-Genies, Leute. Hier kommt einfach nichts rein. Ich kann das alles nicht mehr. Warum will denn keiner eine OG-Map spielen? Oh, ich kann hier runter. Ne, kann ich doch nicht. Schade. So, Leute. Jetzt sind wir in der zweiten Runde. Und meine Mörderchance liegt bei sage und schreibe 2%. Ah, ich habe 12%. 12? Junge, was? Ja, ja. 12% ist ja übergraben. 4% Detektiv. Ich habe 3% auf Detektiv. Das geht noch. Aber 2% Mörder ist Quatsch. Ich bin anders unschuldig. Gambo. Ich laufe. Wie Spider-Man. Nein, 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 nein. Wie Spider-Man. Mich verfolgt ein Kürbis. Ey, ich habe den Zweidermann gerade gesehen. Ich habe den gerade gesehen. Oh, es ist eine schwarze Kappe, schwarze Kappe. Schwarze Kappe. Ich bin in eine Falle gefallen. Oh mein Gott, Gambo. Junge, der hat mich so auseinandergenommen. Junge, ich habe dir sogar gesagt, wer andere mörderst. Du stirbst. Da ist ein Piranha-Becken. Ich bin einfach gestorben. Ich wurde aufgefressen. Egal, wir gucken der Riesenmelone zu. Äh, ich meine Riesenschnitzel. Ich habe dir sogar gesagt, wer andere mörderst. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Leute, ich wurde geisteskrank verraten. Oh mein Gott. Ich habe Vertrauensprobleme. Oh, 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 oh. Junge, ja, in die Falle bin ich eben gefallen. Junge, der hat ein anderes Ding in den Rücken reingeschossen bekommen. Leute, ich habe Vertrauensprobleme. Ich wurde gehopst. Ich sehe sein Schwert in der Hand und ich kann das alles nicht mehr. Oh mein Gott. Nein, ich schaffe den Jump nicht. Ist ein Verräter unter uns. Dritte Runde, Leute. 3% als Mörder. Ich hätte es mir aber auch denken können, dass du ein Mörder bist. Du hast 12%, Junge. Oh mein Gott, ich bin wieder. Du bist es schon wieder. Ich bin schon wieder. Ein riesen Schneizel. Hä, Schneizel einfach. Was ist ein Schneizel? Keine Ahnung. Hä, der hat voll den coolen Skin, Junge. Der ist blau. Hö. Der hat über den coolen Skin. Junge, der, wer? Der hier. Junge, das ist dieses Wurf Cat. Junge, das sieht voll cool aus. Das bist einfach du. Ja, das bin einfach ich. Ich. Okay, Gumbob. Wir müssen unsere Tasks machen. rein in die Tasks. Aber wir verbinden erstmal. Auf diese lockere. Es macht niemand was. Zwei Gold. Hier ist ein Shop. Hä, guck mal hier, wie cool der ist. Das ist noch dieser Nerd. Emoji als eigener Typ. Wo? Ah, unten. Spawn. Ich bin von hinterher. Oh, der Typ, den du in den coolen Skin fandest, ist tot. Als ob. Guck mal, der hier. Der gelbe. Du bist so ein. Ich lief jetzt. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Du hast es so hoch. Der hat es gesehen. Das war die schlechteste Runde, die ich jemals gespielt habe. Das war die traurigste Runde. Aber ich fand es zu lustig. Du warst zu ruhig. Ich fand es so lustig. Junge, ich habe mit zwei Prozent Mörder bekommen. Junge, ich war so überfordert. Mann, ey. Ich stand dann da rum. Wie falsch. Ah, deswegen aber. Du bist wieder. Hörst du mir beide? Ich wollte gerade sagen. Ich habe Instant Tab gedrückt. Ich wollte mich. Du hast mich voll gebatet. Ich war kurz davor, zu sagen, ich auch. Junge, das wäre diese drei oder die Kuh-Woof gewesen. Mann. Okay, jetzt sind wir aber wieder unschuldig. Ich bin aber Detektiv. Nein, ich bin Detektiv. Ich habe einen gekillt. Der Vater ist Unschuldiger. Oh, Mann. Ich mache das jetzt. Ich kämpfe jetzt hier. Ich weiß, wer es ist. Blaue Schuhe. Bazzala. Direkt. Ich bin der beste Detektiv überhaupt. Holy moly. Ich habe einen komplett gebastelt. Ich hasse dich, Flo. Ich hasse dich. Flo, ich hasse dich so sehr. Oh mein Gott, Junge. Ich sage es dir, ich kämpfe die Beine. Und er rennt vor der Kanone rein. Mann, ey. Der hat mich so gehopst, der Junge. Das ist so eine Troll-Folge. Ich bin unschuldig. Zwei Gold. Drei. Vier. Junge, ich habe schon vier Gold, bevor die Runde überhaupt losgeht. Boah, richtig rich. Fünf. Sechs. Komm, mach den Parkour mit mir. Auf gar keinen Fall. Kann man dabei sterben? Nein. Du weißt schon, den ich immer gezeigt habe. Junge, der hat mich so auseinandergenommen. Warum sind die Runden jetzt so salzig? Bist du tot? Ja. Du hättest mal den Parkour gemacht. Ja, ich gucke gerade dazu. Du schaffst das eh nicht. Doch. Nein, du kannst das nicht. Ich habe dir schon mal dabei zugeguckt. Du schaffst das nicht. Nein. Nein. Zu viel Druck. Das sind Barrel-Blöcke, Kambo. Zu viel Druck. Zu viel Druck. Aber hier sind auch Kürbisse. Ich weiß, du bist abgelenkt. Ab in der nächsten Runde. Das ist ja instant voll. Ab in die Duos. Drei Prozent Mörderchance. Und ich bin unschuldig. Das glaube ich dir nicht. Doch. Bin ich aber. Finale Antwort. Ich lüge. Du lügst. Ich lüge. Komplett reingeschissen. Geheimnisvoller Trank. Komm, gönn mir was Cooles. Weiter mit. Hier ist doch ein Mädchen-Steve. 20 Sekunden Speed. Mädchen-Steve ist doch Alex, oder nicht? Ne, ne, ne. So mit dem Blauen. Ach so. Lol. Wie nice. Hö, Junge. Die hat ja übelsthin komischen Skin hier. Was hat der sich dabei gedacht? Ey, lass mich. Das war knapp. Nein. Das sollte ich haben. Grün. 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 Ah. Junge, ich wurde so in die Mauer gehauen. Aber wie stirbst du denn? Wie schafft man das? Ich dachte nicht mal, dass es möglich ist, dass man... Weißt du, wie er on Rampage... Ja, wie... Genau, der hat mich auch weggauen. Junge, weißt du, wie schnell der unterwegs ist? Der hat mich auseinandergenommen. Ich bin im Lauf gegen die Wand geschallert. Der hat mir eine Leiche dahin geprügelt. Das ist Mörder-Map. Auf der bin ich immer Mörder. Ja? Okay. Du auch. 7%. 5%. 6%. 4%. 4%. Aua. 3. Aua, aua, aua. Ich hab das Gefühl, es scheint immer irgendein anderer mit so einem fetten 20er-Mörder-Chance rein hier, damit ich runtergedrückt werde. Naja. Das ist schon crazy. Ich finde, man sollte sich Mörder-Pass kaufen können. Das stimmt einfach. Einfach pay to win. Pay to win. Einfach die Reichen gewinnen. Oh Gott, was probiert. Das funktioniert nicht. Dafür braucht man Gold. Das funktioniert halt wirklich nicht. Oh, der ist es hier. Grün, 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 grün hier oben. Yo, ich hab die Falle aktiviert. Nein, oder? Junge. Doch, doch. Ich hab die Falle ausgelöst. Ich hab zwei Gold bekommen. Oh, mein Gott. Junge, ich hab den so auszudern angenommen. Ich sag's dir, Fallen sind die Strats. Ja, ja, das ist schon respektlos. Aber der Call war wichtig. Und wo? Ja. Oder kam bei uns an Mörder-Kollegen. Oh, bist du auch tot? Bitte sag mir, dass du auch tot bist. Ja. Nö, äh, im Menschen, ich war's. Du warst es? Nein, ich hab gesagt, stell dir vor, ich bin ja... Boah, Junge, ich wär komplett ausgerastet. Aber der Fallenkill, das hat mir ja völlig gereicht. Unschuldig. Junge, irgendwann seh ich in meinem Schlaf diese März hier wieder. Das ist... Marie2808, vielen Dank für dein Follow auf Twitch. Check gerne den ersten Link in der Beschreibung ab, Leute. Wir sind auch live auf Twitch, wenn wir mal einen Event am Start haben. Junge, ich hab extra auf YouTube geguckt, ich konnte ins Streaming finden. Dann hab ich gedacht, okay, vielleicht hat er was verpennt. Achso, nein, nein, das war auf Twitch. Das war auf Twitch. Wir haben Halloween-Hide-and-Seek gemacht. War ganz lustig. Hier hoch. Mann, ich finde kein Gold mehr. Ich brauche Gold, Leute. Gold. Wir müssen mal KI-Heidenz-Sieg machen. KI-Heidenz-Sieg? Ja, würde ich fühlen. Ryan wollte ja schon KI-Badwars machen. Oh mein Gott. KI-Badwars. Die KIs gegeneinander Badwars spielen lassen. Das wäre crazy. Das ist so wert, den besseren Client. Oder die KIs, die sind ja so auf... Verschiedene Software. Weißes Kleid, schwarze Haare. Weißes Kleid, schwarze Haare, geht klar. Erstmal einen Trank fetzen. Ja, es ist... Es ist Jolixe. Ist es. Holy Bats. Und sie ist runtergefallen. Oh mein Gott. Junge, hier liegen überviele Leichen. Ich habe endlich meinen Bogen. Gau, du bist es. Gibst du endlich zu. Nein. Ich doch nicht. Du bist unschuldig. Ich würde niemals Leute umbringen, weil ich bin unschuldig. Ja, ich war auch mal unschuldig, bevor ich schuldig wurde. Kenn ich nicht. Die laufen alle mit Bogen rum. Ich kann das alles nicht. Ich weiß nicht, wen ich dir vertrauen kann. Sind noch einige Leute im Spiel. Der Hotdog, der hat mich eben auch schon komisch angeguckt. Der Hotdog heißt Lodurz Pro. Der ist einfach runtergefallen. Oh mein Gott. Der ist unsichtbar. Der Hotdog rennt hier nach. Der rennt wie so ein Bot. Der rennt echt wie so ein programmierter Bot. Junge, geh weg. Guck mich nicht so an. Nein, geh weg. Ich trau dir nicht. Schieß ihn ab. Küken, schieß ihn ab. Die Ente, die Ente. Schieß ihn ab. Schieß rauf. Tu es. Ich hab dir Klassen treffen. Ich kann das alles nicht so... Es war wirklich der Hotdog. Jo, ich hab's doch gesagt. Oh mein Gott. Alter, mein Guess war richtig. Dein Guess war anders richtig. Holy moly. Ich hätte einfach durchziehen sollen. Oh man. Der wusste wahrscheinlich nicht, wo das ist. Na, der hat's wahrscheinlich eh nicht gerafft. Der hätte mich locker zehnmal umbringen können. Boah, es geht direkt los mit 4% Mörderchance. Ist gar nicht mehr so schlecht. Motorchance. V8B-Turbo. Unschuldig. Also ich glaube, ich kenne da einen Kollegen von neulich. Der wird das gut finden. Das war der Mercedes CLS 63. Der Ehrenbred. Gerade kam die Folge? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Nee, ich denke nicht. Oder? Mann, der Hotdog liegt hier. Wer ist es? Hier sind alle denn. Ich habe Bogen. Keine Ahnung. Ich brauche noch fünf Gold. Ah, wenn du gerade nicht oben bist, dann hast du ein Problem. Warum? Ja, weil alle, hier sind alle tot. Überall. Wo ist oben? Hier gibt es verschiedene Stockwerke? Du bist es. Nein, ich wollte gerade abdrücken. Ich wollte gerade abdrücken. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, warum tust du mir das an? Weiß nicht, was du meinst? Ja, dann geh hoch oben. Es sind alle gestackt, versteckt in einem Spot. Echt? Guck mal, dann liege ich. Und weine. Junge, wie viele Leichen hier sind. Das ist schon crazy. Aber pass auf, die werden gleich schießen. Ja, ja. Oh, Junge, das wird ein Massaker. Das wird ein Massaker. Das wird ein Massaker. Muss noch ein bisschen schüllen. Oh. Oh mein Gott, wie hast du das überlebt? Ich habe auch keine Ahnung. Oh mein Gott. Dwei Leute noch. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Da hat die 0,0% schon wieder gehittet. Einer noch. Oh mein Gott, der letzte ist einfach. Ryan. Wird super, mein Hoodie. Das ist Ryan. Let's go. Diese andere Ehrenrunde gewonnen auf dieser lockere, lockere Basis. Das gibt auch ein GG in den Chat für 5 Karma. Leute, lasst eine positive Bewertung nach, falls euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen, Leute. Und schreibt mal in die Kommentare ein paar Relay-Formate rein. Wir arbeiten da gerade an einem kleinen Projekt. Vorschläge sind immer gewünscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Euer Benson. Aha. Ciao.